Die Linda, das ist ein kleines, blindes Mädchen. Auf dem einen Auge sieht sie ein bisschen was, gell? Und da sieht sie nix. Aber die ist ganz, ganz süß. Die sucht auch einen zu Hause. Darf man nicht laut sagen. Oder einer hat nur eins vom Bein. Süß ist die, oder Stefan? Magst du dich mal runterlassen, wie die sich zurechtfindet? Ja, Linda. Oh, wo ist die Mami? Die will zu ihr, glaube ich. Schau mal, die ist so süß. Also sie liebt die Franzi. Also das heißt, die braucht allen Menschen nicht so viel Trubbel, dann findest du dich super zurecht, gell, Linda? Wir sehen uns auch mal, eine Prüftung vonnen. Ciao. Tag. 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 Vielen Dank.